moin herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play alles 17 nordfriesische marsch vierfach map immer noch version 1 9 ohne gräben wir sind am aussäen wie sehen wir denn aus ich hole gerade mal ein bisschen neues saatgut da geht doch ganz schön was drauf aber wir haben ja zum glück unsere beiden saatgut produktionen am laufen beziehungsweise die hier unten läuft glaube ich nicht mehr das macht aber nichts hier hat trotzdem noch genug wie wir sehen ist voll uns fehlt nur getreide dann würde die auch mal weiter laufen das ist die dünger produktion da will ich auch gar nicht hin wie komme ich denn da jetzt zu und die saaten produktion sieht nämlich gar nicht so gut aus da haben wir nämlich fast nichts mehr naja fürs feld 16 soll es wohl noch reichen wie konnte ich das denn wieso ist das denn passiert wie konnte es zu dieser herrlichen katastrophe kommen naja besser als nichts dreiviertel voll da habe ich aber nicht aufgepasst da muss ich dann erstmal mich drum kümmern dass die produktion da wieder richtig rennt da ist immer noch eine palette festgebackt im boden da wo als nächstes kommt dann feld 41 so kommt eins zum anderen so 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 da dürfte dann jetzt nach nach dem auffüllen dürfte dann schon das fast reichen so 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 naja dann habe ich da sonst auch noch so so oben feld 22 weil das glaube ich ist fertig das ist ja schön dann kann ich ja rüber zu feld 26 fahren und da anfangen so 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 dann mal voll machen so dann mal voll machen Schau, schau. Aber dann die ganze Strecke nicht zweimal fahren müssen. Jetzt wollen wir uns einmal mit Follow Me dahinter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir können jetzt gleich hier eine Abkürzung nehmen. Hier so, hier so, hier so. Ob wir das hier so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt kümmern wir uns um Feld 26. Dafür dürfen wir noch keinen Kurs haben. Weil das haben wir noch nie angesehen. Das heißt, wir wählen uns hier Feld 26 aus. Startrichtung, längste Kante 2. 2 Fahrzeuge auf dem selben Kurs. Ne, Feld 26. Dann mal 2. Okay. Okay. Wo ist der Startpunkt? Startpunkt ist da hinten ganz. Oh. Er fährt rechts. Als der andere muss links fahren. Okay. Mal gucken, wie weit der andere denn ist, den wir da hinhaben wollen. Ja, super. Klappt ja toll. Wird's nicht sein ernst, oder? Fährt hier schon seit einer Woche im Kreis, oder was macht der hier? Jangan lupa. about. Ja. Mal gucken. L повst. Mann. Mann. Wie dem auch sei, ich fange schon mal an, mich zu verabschieden bei euch. Erstmal bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und für eure Treue, für die ganzen Abos, die Kommentare und die Likes. Das ist echt Wahnsinn, echt Hammer, danke. Ja, und dann wisst ihr, ihr unterstützt mich durch ein Like, durch ein Kommentar oder ein Abo, eben das, wo ich mich gerade für bedankt habe. Super cool, super, 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 freue ich mich tierisch. Und kommt mich auch bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage und dann schaltet vor allem bei der nächsten Folge wieder ein. Das freut mich dann am allermeisten. Und in diesem Sinne sage ich mal, ciao.